Hüpf. 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 Passt. So, dann nochmal gucken, ob hier was ist. Auf jeden Fall ist da ein Gegner. Hier sind ganz schön viele Gegner. Wenn ich das mal so sagen darf. Okay, von hier bin ich gekommen. Okay, Nabend. Dann gehen wir mal wieder hier hoch. Kann ja nicht schaden, wenn wir denselben Weg elfmal gehen. Warum auch nicht. Übrigens, falls es euch nicht schon aufgefallen ist. Ich werde das hier jetzt natürlich weiterhin am Stück aufnehmen. Aber die Folgenlänge bleibt trotzdem bei zehn Minuten. Weil ich will jetzt nicht gerade zum Ende hin dann Folgen auf einmal auf 15 Minuten machen. What the... Mann! Das müssen wir nochmal neu machen. Ähm, nicht jetzt gerade hier auf 15 Minuten machen auf einmal. Weil, ja... Wäre ja irgendwie auch Schwachsinn. Dann lieber knackige zehn Minuten Parts. Dann passt das schon. Na komm her. Ich hab deinen fliegenden Kumpel auch schon gesehen, mein Freund. Und da hab ich mich verguckt. Hab ich mich verguckt? Nee, oder? Na komm schon. Ob ich mich jetzt hier von dir noch, äh... Verarschen lasse, Kollege. Das darf doch nicht wahr sein. Na-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ah, Leute, Leute. Ach, komm. Hallo? Ja. Der mächtige Staubsauger aus der Hölle. Blöder Pisser, ey. Dann wollen wir mal nachladen und dann weiter mit der Schrotpflanze... Äh, Schrotpflanze? Yeah. Die Schrotpflanze. Okay. Na, ha, ha. Ah, ha. Kann man wenigstens unsere Energie ein bisschen auffrischen. Es läuft eigentlich ganz gut. Ich hätte nur nicht gedacht, dass es wirklich noch so viel ist. Dass es noch so lange dauert. Das Spiel an sich. Dass wir wirklich so lange auf Xen sind. Okay, Daten werden auf jeden Fall geladen. Boah, von dem Rot hier kriege ich aber gerade derbe Augenkrebs. Wow. Boah, Alter. Ja, das war's. Ja, okay. Na gut, liebe Leute. Ich wollte mal sagen, ich werde die Aufnahme für hier beenden. Weil, boah, bei den ganzen Gegnermassen und das alles. Außerdem muss ich noch Wanted aufnehmen. Wir sehen uns aber in der... Bist du eigentlich für ein hässliches Kackvieh? Wir sehen uns aber auf jeden Fall in den nächsten Folgen und in der nächsten Aufnahmesession wieder. Und wir hören uns wieder. Und dann hoffe ich mal, dass ich das Spiel dann zu einem Ende bringen kann. Ich denke auch immer, ich muss da hoch. Na gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und bis dann. Ciao, ciao. So, meine lieben Freunde. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und Aufnahmesession von Let's Play Half-Life Source. In der letzten Folge, habt ihr ja mitgekriegt, haben wir so ein bisschen verkackt. Deswegen hier. Und ich glaube, ich habe wieder die falsche Taktik gewählt. Das kann man überhaupt nicht schaffen. Da, tot. Krass. Okay, ihr seht ja gerade, was das Problem ist. Und ich muss mir mal echt überlegen, was für eine Waffe ich nehme am besten. Was am taktischsten ist. Ich weiß halt nicht, ob wir da irgendwas triggern können. Okay, also so wird das auf jeden Fall nix. Krass. Das sind doch so viele. Und wir fallen halt einfach direkt da raus. Ich... Weh. Häm... 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 Wir müssen es mit der Magnum versuchen. Oder wir sprinten jetzt direkt rüber. Aua. Wieso ist der denn nicht gestorben, verdammt? Boah, Alter. Das ist doch nicht normal. Aus dem Weg. 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 Aus dem Weg.